Willkommen in der Mentale Gesundheit und diese zweite Sitz vom Podcast, weil wir Eva Messbrock in ihre verschiedenen Worte reden. Wir sind Orlando App, Darlene Friesen und Egon Zawacki von Sanatorio Lucy Vida in Kolonie Sommerfeld, Paraguay. Du kannst uns eine YouTube-Fähne um ihre Mentale Gesundheit oder uns über WhatsApp schreiben plus 595-974-333-777. Wir hören hier eine Frage oder auch Kommentare. Wir haben ein paar Zeugnisse von Menschen, die uns mitgeteilt haben, dass sie das sexuelle Messbrock erlebt haben als Kind. Und dadurch werden wir mit einer Person ein Zeugnis reden. Wir wollen dort ein bisschen mitgeben. Der hat uns dort gescheitert. Und über Sicherheitsgründe, wo wir dort selbst verlesen. In diesem Fall, wo ich dort verlese. Wir haben uns entschieden, wir wollen einen Namen geben. Wir wollen nicht den ersten Namen dieser Person sein. Und wir haben uns entschieden, eine Spanische Nummer zu geben, damit es ganz klar ist und es nicht der richtige Name ist. Und wir haben uns entschieden, dass diese Person will wie Esperanza sein. Und ich will das Zeugnis hier verlesen. Als sie aus Kind sexuell messbrockt wurde. Auch weil ich dort aus Kind nicht verstehe, was sie zu bedienen hat, hafte sexuelle Messbrock sehr viele däubige Spuren in mein Leben hingerlotte. Spuren von Verletzungen, Unsicherheit, Angst, Scham, unkontrollierbare Gefäule in Gedanken, Schuldgefäule, Wut, Depressionen, viel sehr schwore däubige Gefäule von Wirtlosigkeit, wird aber von dort immer noch wegkommen. Dort habe mein Selbstbild als Person kaputt gemacht. Auch an meine Beziehungen zur Familie, zu Gott, zu mir selbst und mit anderen, hafte es Messbrock sich negativ ütge wird. Ich habe mich von anderen Menschen trägt, und will so wenig ausmählich man Menschen sein. Das Messbrock wie eine Säure schwore laust auf mich. Ich wollte die Beziehung zum Täter nicht kaputt machen. Ich bin sehr besorgt daran, den Täter in mich selbst auch zu beschützen. Ich habe die Beziehung zum Täter in den Täter in den Täter in den Täter in den Täter. mit den Täter beherrachten und dem Täter in den Täter in den Täter in den Täter im Täter in den Täter. Einmal bade, so vorken. Warum lebt Gott so, dass du das eventuell? Warum wird mein Charpa nicht respektiert? Hat Gott mich nicht Schutz schenken sollt? Weil kann Gott tell, Leute, dass ich so zerstört wird? Warum hat Gott mich irgendwie geholfen, dass ich da irgendwie kann rauskomme? Hat Gott verbringen sollt? Hat Gott mich wehren sollt? Ob er als Kind kann ich dort nicht. Ich kann dort nicht verstehen, was passiert wird. Die Verwirrung in mir wird sehr agraut. Musst ich mir einfach alles in Liebe ütlern? All diese Fragen und Gedanken werden in mir ohne ein. Hat fällt mir immer, als wenn ich sehr viel weitergehoben. Wer aus Kind mehr sprüht wird, draht die Folge dort ganze Leben. Aber wenn dort, jefft in diese Momente im Leben, wo dort Gehirn dann plötzlich weiter dort alles verbrennt wird. Aus wann man dort weiter beleuchtet wird. Die Bilder, die Gefäule. Aus wann dort Nüge kreut, was da passiert. In diese Momente schafft ein Lied echt immer, und ja in sehr stolz, ich lebt, selbst wird Gefeuelt. Wenn ein Kind einen erwachsenen sexuellen Messbruck erlebt, blieft du eine seelische Wunde. Und kann diese Wunde auch wieder in Heilung erfüllen. Über eine Narbe blieft du immer. Aber dort geeft Hoffnung, dort geeft Heilung. Gott schenkt immer weiter die Kraft, wann er diese schwere Momente im Leben geeft, wann all die schwere, extreme, und störte Erinnerungen von so einem Messbruck verkomme. Gott läuft sie in Kind und will dort niemals am Stichlotte. Und gar nicht, wann er nicht ist. Auch wann sich dort so anfällt. Du, wo bloß eine Spur zu sein ist, du hafft Gott die Gedroge. Wenn er doch die Gefeuelt von Chinja ehrens nehme. Wenn ein Kind immer weiter hielt, dort seine Gefeuelt, zum Beispiel Angst, wie Anwander, nicht wichtig sind, wird der Kind beim sexuellen Messbruck seine Gefeuelt nicht gläufe, in sich vielleicht nicht einer Erwachsenen unvertriebe. Ich wünsche mir, wie würde eine Gesellschaft sein, wo Teuhoche geht, wo Handje geht, wo Vornehme in Mädchen vollhaft, besonders, wenn du sexuellen Messbruck hast. Bist du ein Opfer von sexuellen Messbruck? Dann seht ihr eine Person, wo du dafür trühe kannst. Für dort braucht man sehr viel Mut, aber dort lernt sich. So, du hast das Zeugnis, dort sind es ja Teuhoche, wo es viel, wahrscheinlich auch vielmehr nach Ytseif, wählt aus Ostbetäne, ja. Was fällt dir zum Beispiel ab, aus ihr steht? Mir fällt ab, es beranzöscht, dass es irgendwie ein Mord, der Störte drüben hat, den Täter zu beschützen. Und sie hat einfach von nicht mit in ihrem Mord dort aufgedeckt, wenn sie Angst haben, und nicht stammt, sie vielleicht die Fälle von Schämen, von Scham, nicht diese Person zu öppen, die ihre Ältere von der Rede, der andere Freund vielleicht, um den zu schützen. Und ich obte berücksichtigen sie um das Geheimnis wieder dann dort zu unterstätten, die Höhle, und dort sage ich, das ist Angst, was die Angst geschaffen hat, große Angst, doch auf die Dage. Esperanza sagt, du hast den Täter zu beschützen, mich selbst zu beschützen. Und war dort eine Person erstes, wie du in unserem Podcast gesagt hast, dass die Täter sehr vor irgendwer von Bekommen ist, von der Familie, oder sehr viel Vertrauen in der Familie hat. Und dann ist auch diese doppelte Beziehung zu werden. Zum einen, du hast eigentlich das Vertrauen mit dieser Person, wenn man diese Person vielleicht liebt, man diese Person, als Familie, als Freund, als Freund von der Familie oder so wieder. Aber zu selbsten ist das andere Beziehung da, wo Missbruch passiert. Und diese Probleme oder die Spannung oder die Band abbringen hat. Und dann wirst du auch die Beschütze. Jeder soll wissen, was die andere Verschläge hat. Oder die beschütze, beschützt doch mich. Und wenn ich die anderen sage, was die andere hat. Und damit sage, was mir passiert. Und da auch viel mit Scham zu tun. Und bei Zer will ich auch noch andere sagen, was mit Drei zu tun hat. Ja, ich denke auch, dass Esperanza betont viel, wie viel kampf, das innerlich gauft. Wir reden einmal von viel Energie die sie verbrückt hat, durch das Geheimnis zu bewahren und so weiter. Und all diese Energie muss verarbeitet werden. Und ich denke , dass ihre Nacht auch ihre Ängste zum Ausdruck kommen. Wie sie vielleicht nicht in Wird Foto können und so wieder braucht das auch im Schlup dort sich zum Ausdruck. Sie hat nicht wie der Fähre, aber sie hat Dräume und ihre Dräume kommen ihre tiefste Angst Fähre. Eigentlich können sie das innerlich wahrscheinlich nicht anders organisieren, was dort im Schlup passiert. Wie wite ihr sehr viel im Gehirn auf Fähre kennt. Da rät sie Salz in ihrem Zeugnis lernen sie es auch noch Fähre. Dort sie kann nicht bloß durch ihre Dräume dort Wahrheit erlebt, sondern das gibt Momente und er an diese Situation erinnert. Zum Beispiel wie sie an die Ruhe oder was erinnert und dort was sie erlebt hat und das kommt direkt. Das Ganze wird noch mal gelockert und ab gearbeitet. Dort steht dann wie ihr steht und erinnert und dann überlebt die Hörn Wahrheit. Das kann im Hörst dann wo sie das immer vorbei hat was passiert dann wo sie das ganze war erinnert. Das stelle mich sehr schwierig für Esperanza wie sie nicht steht hat wo sie kann gehen und verteilen. Sie hat mir angefangen und versucht in dieser Position zu bleiben als lebendiger Mensch. Das ist furchtbar. Ich denke auch für die Zeit und die sind Albträume oder Flashbacks und noch mehr Tätens davon sind die Hörst jetzt muss ich auf einmal das fand es kommt ein Video für der spieler der zu stuhl sitzt darin und das Quartier Posi das Loft Udme Jascha Posi 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 Schweite zum Beispiel Schweite manche waren im Messe die früher Messe an andere haben weit über Brug und dann weil man das nicht mehr besitze oder erlebe man was was da wenn es auf Englisch sagt man das triggert auf Spanisch provoca es war diese Erinnerung und dann belebt das Gehirn belebt die selbst die Situation nochmal das passiert nicht wirklich aber vielleicht Jahre nachher da Monate fehlt noch kann das Gehirn erst fähig das sagen es sagt noch wann das nicht an dem Moment passiert und dort essen sehr starke Tieten für Trauma wirklich im Gehirn was passiert hat das Mess brock die vielleicht auch mit mitteilung und das wird auch mit mitteil dass wir weiter von die reden ja berlin jetzt seht du sehr wenig fähig sie können nicht organisieren sie können nicht verarbeiten und dann es wandert ein vielleicht nicht betreten wenn sagt wie ich redet über diese Albträume wie irgendwie in diesen Flashbacks wie ihr Gehirn ein Versuch vom Gehirn die Sachen irgendwie um zu organisieren zu sein was es passiert eine Person wird Macht hat über mich und vielleicht wird mich beschützen und dass mich sein kann das nicht und will nicht mit trache kommen will das organisieren dass ihr mit trache hat das ist nicht und dann ist ein Traum meistens weil ihr das erlebt hat in Nacht als Traum dass unsere ängste sind zum Verschein oder auch unsere Scham die Pfeile die sehr intensiv sind oder unsere Wünsche die Studie sagen dass die Traum auch zum Verschein hat ja diese Spannungen wollten wir auch an uns haben wollten wir nicht damit raus kommen und organisieren oder der Vorur werden und dann dreht sich auch dort er dort hat und er und sich selbst als persönliche tun hat das selbst wird und die direkte haben weil sie sich selbst sind und diese Teile verkommen dort sein wird es und warum er das passieren soll wie soll das sagen dort ist eine Sache die sehr typisch ist wie ich über die die über geht habe übrigens in das auch hat sehr viel mit Trauma zu tun das ist sehr typisch für Menschen die Messe erlebt erlebt haben die beleben dazu stört aber das Selbstbild als sie nicht wird sie bleibt dort oder dort ist eine Sache wird einem nennen und dort selbst wird einer entwickelt und dort wird manchmal viel dort die Person wieder mess gebrochen wird dort die Beziehung nennen temt zum bspw aus Erwasna wenn das Kind passiert ist wenn es in ihrem Selbstbild wird gefeiert ist diese Person sowieso nur dort kann sowieso nur gebrochen werden zum bspw sexuell in dann temt sie automatisch auch in seiner Beziehung nennen wo es dann war das passiert dort kann es nicht aber es ist eine Sache und wen will die Persönlich selbst sind und sich selbst verständigen und wissen mit anderen Menschen und auch am Jeter Ja Ich denke auch in Hinsicht von Selbstwert oder Bild was ich habe wie es ist Esperanza hat in der Fungel in Refuge und Gewäss Schutz gefungel in der Hinsicht sei das unvertraut was wir hier mit den kennen da sei ganz besonders dass sie half und gewäss halb gefungel und das nicht war erleben das würde sein dass wir einfach sehr bewundern werden in der anderen Hinsicht es kann ich denke auch noch die Leute habe wahrscheinlich in ihrem Fall auch mit dem Familiensystem zu tun wo sie trainiert alle Personen die respektieren und die bestimmen was zu tun ist sie wahrscheinlich nicht ein Ne auf Hohne gehört weil das nicht will diese Person auch sein ein älter Mensch macht man ihr Hört mit meist kräht dann wo die wählen oder sei ja und dort ist eigentlich nicht ganz recht wenn die Person macht mehr es pro geht da muss die Kinder auch sagen nein dort ist eine herramienta das tool wo wir sagen wo die Kinder haben können mit mir wird die vielleicht auch die Grenze hatte und mich selbst beschützen wenn Mama und Papa sicher sind Nummer eins sind dann braucht nicht andere Schwister sein oder so wird ihr harsher so Mama und Papa weiter an sie ver wenn er macht missbraucht es aber andere Onkel sind tot das oder gleich nicht wird ich glaube ein Wut an Papa von der Jugendliche Jung ist das manchmal in unserer politischen Krise und die meinte so die früh wurde wenig eingeschätzt aus einem Wirt und ich denke mir so Esperanza wenn der Papa hat gesagt Esperanza auch du bist wie alles wird du bist wenn ihr wird aus Jung oder komm und tell mir was du jetzt was du leist und irgendwie die Esperanza kommt verletzt wie ungenommen Papa und Papa wird er verstehen ob er vor nehmen ob dort nicht ohne muss ein leihnis dann wird sei habe kommt viel fair bei ober wenn sie folgen am der kreise war man sehr viel mal die mädchen in frühen nicht so wo ich war und dann beschuldigt weil die blöse die zieht die blöse und was immer und dort hat sie auch ein wunsch das sagt in unserem igen ich wünsch wie wo die saalschaft sind wo kleine tehn ihre volle seien und dort fängt mit kleinen Sachen an was wie Angst habe erstens mal die Angst lehre von ihren äldre aber dann damit am zu gönne konnet meine äldre damit gönne wie kong einmal wanne die rede wie drückt auf dann komm wieder die rede aber dort ist er wunsch der saalschaft seine wird ab zehn jahre dat die sind nicht nusch wird fehlen wird auch im Gottes oge ja und dort kann ich so seine nicht nicht läst die sehr grönte das sehr grönte thema über diese däupel däupel frage wo Gott jene war ja es kann an diesem zeugnis sein du hast diese spannung zwischen ich vertrö Gott aber ich frage mich wo willst du Gott was alles passiert wenn Gott ist für mich aber wo willst du Gott immer war das an her und das ist eine große spannung das ist ein großes problem das er hat bis jede day mit dem geloven das ist so wichtig in unserer Gesellschaft und manchmal habe ich nicht die Antwort auf seine Frage in unserer Gemeindes vielleicht über den geloven reden und das ist eine der Frau wird wertig wertig sein machen für diese Person wo es wo es Gott nicht liet sind und wo kann ich verstehen wenn Gott ein Gottes ist ein Levinja voder er beschützt aber dass ich immer sehe wenn eine mädje hat das Bild von Gott von ihrem föder hofft da denke ich auch keine Säle sind da habe ich auch das Bild von ihrem Föder von ihrem Papa hofft hofft wahrscheinlich nicht direkt um Gott immer drauf oder sie trage das eben aber das ist nicht das reale Bild von Gott so wenn wir mit der Bibel dann weiden das ist nicht und dort hat auch sehr viel um zu sagen wir möchten hier aufschlüssel das Teil mit diesem Zeugnis von Esperanza aber sehr mit die hat und es fängt auch sehr möglich wo sie dann halb zu sehen und auf den Tisch riebe und andere Menschen mit machen halb 10 wenn sie sagt ob er geft hoffn geft heilung sagt sie und dann ein Satz wird mir sehr wichtig wie sie geschrieben hat du wo bloß eine Spur zu sein ist du hast Gott die getragen so dort ist ein Teil wo sie in diese ganze Spannung von Frage wo Gott in dem Spruck das Heilung wird erfahren ob sie nicht sein habe gehabt ob sie nicht schwer kann dass du da wirst er kann einfach kommen du brauchst nicht mal deine Gedanken organisiert haben oder deine Erlebnisse organisiert haben du kannst an das bringen und dort ist so schön dass mir auf weiter dass Esperanza dort was teilt Dankeschön Esperanza dass du mit uns mit gedeut hast und hoffe dass andere Menschen dort halt bekommen Dankeschön für teuer wir hoffe dass unsere Programme irgendjewi jün tal becennen wenn die kommentare oder froh gehaben oder auch teimash verschläune wähle tja jün über whatsapp wie uns malde die nummer es plus 595 97 feuer 333 7 7 7 7 bat nächste morn 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3